Wie kommst du denn drauf? Weiß nicht Aber andere Tipps da nicht mehr raus Wird nur ne Herausforderung wäre Meister Ghee, kannst du denn die machen? Auf die Art Aber die zwei sind Wird doch mal was Wenn wir so weit kommen Ja, gucken wir mal Okay, go Ghh Warte Halt Warte 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 Wieso habe ich denn jetzt keine Sounds mehr? Was ist denn das für ein Dreck? Wo irgendwie kinderischen Waffen-Sounds sind ja Ah, genug! Und, nein, und! Hm. Leer dich! Musste mal Cheat-Engine ausmachen. Nein, jetzt geht's doch wieder. Keine Ahnung. Was holen denn hier denn? Ja. 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 Na ja, von der Zeit Falsch! Ist doch halt in, keine Ahnung, 30 Minuten erledigt oder so Na ja, genau geht's noch einander aus Er hat noch einen Schuss auf ihn zu entfernen Der Parcours ist noch nicht zu Ende, weiter! Ah! 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 Die Assessants müsst ihr wahrscheinlich auch noch schräg angucken und die fallen um. Wo wäre er da? Das hier hat oberste Priorität. Ich habe eine Drohne blockiert, die kann ich vorwärts. Das ist echt cool. Die Störs dauert irgendwie schon los. Das ist jetzt herrlich. Oh, die sind weg. Ah, ja. Äh, helft ihr mir bitte. Äh, wo ist sie denn dort? Da wo Dennis ist. Weniger sterben, verschießen! Jo, danke. Ich heil dich. Danke. Stopp! Ich liebe meine Kräfte! Wenn die Zwiebeln da im Boden, das sind in Wahrheit gedeutte Hyperion Sprengsätze, die die Raiders an ihrem wundesten Punkt treffen sollen. Dem Gärtnerbataillon sammelt die Zwiebeln ein, aber nicht die Karotten! Ja, aber typisch meine Schwester kommt rein, ohne was zu sagen. Oder sich bemerkbar zu machen. Steht einfach in der Tür. Ja, 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 ja! Jobbing, gib Frühstück! Ja, ja, und die Uhrzeit nicht, aber dafür Abendbrot. Das hat Spaß gemacht! Getropped haben beide nichts, oder? Ne. Ne. Aber geht echt schnell, wa? Ja, mit eurer... Richtig bloß so. Das... das coole ist... Ähm... Wenn du so mit der Sniper jemanden killst, kriegst du Achievements für den Raketenheifer? Naja, weil im Prinzip killst du die mit dem Raketenheifer. Ja, ich sag ja. Hm. Wir können uns ja auch abwechseln mit dem Ding, falls wir mal in der Not sind oder so. Dass wir nicht gleichzeitig die Sachen benutzen, sondern abwechselnd. Ach, Quatsch. Schönen Speedrun machen hier. Ja, Mann. Wieso rennt ihr denn nun mal weeeeg? Was? Warum denn so rennt ihr denn immer weg? Wir waren zusammen. Ihr killt mir nun mal die Gegner weg. Was? Ja, ich kann sie ja nur killen. Verletzen kann ich sie nicht. Dass du so töten kannst. Das geht nicht. Jetzt würde ich sagen, würden wir uns abwechseln, beiden Assassins. Ich hab noch ganz irken an jetzt. Okay, dann machst du zuerst und wenn deins leer ist, dann sagst du Bescheid, dann mach ich. Leer dich jetzt. Hallo. Jo. 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 Ich hab's auch geschafft einen Assassin zu killen. Bin stolz auf du. Joa, ne. Schnell, vielleicht schafe ich es noch bis dann vor. Ich hab dir ganzockelech Hetzes fertig. Oh! Hab ich den jetzt echt gekillt? Naja. Kann schon sein. Das war so im Fallen mit dem letzten Schuss. Die erzielt auf mich. Ich hab' den killt erst. Danke. Mach' mir. Geh' mir noch. Keine Saturns diesmal? Noch. Nicht. Kommt noch. Stimmt. Drei mit einmal. Ja, ich hab' den Schütze schon kaputt geschossen bevor er da ist. Guck's dir an. Hihihihihi. Bluff, Bluff. Oh Mann. Ist das schön, ist das schön. Macht das einen Spaß. Weiter, weiter, weiter. Zeit läuft, Jungs. Ich nix sehen. Ich bin schon vor der Effekte gehabt. Ist echt schlimm. Ich bin nur aus. Bist das aber auch. Ich bin nur aus. Ich bin auch nicht. Drei mit. Ich bin auch nicht. Ich bin ich. Dann bin ich. Ich bin nicht. Er ist gestrich. Der Platz. dann zünden wir es nur einer versteckt sie da so blöd keine bewegung ja 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 Lackst du deine Klassenmauer, das habe ich auch gerade gemacht, wird schneller Den Kollegen hier aber nicht slaggen bevor er da ist, sonst ist er unslaggable Hab ich gelesen Oh, war das mal angenehm, oder? Ja, oder? Tja Perl sind, Patrol Bearcat Patrol Bearcat Möchtest du? Möchtest du? Tja, das war OP8 Langweilig Zumindest mit euch zwei Oh nein Irgendwann Gansacker hier Ich...